Herzlich willkommen bei Runners Point. Hier möchte ich euch aus unserer RP-Kollektion mit der Sprinter-Short eine ganz besonders leichte Variante unter den Laufhosen vorstellen. Ein großer Pluspunkt an der weiter geschnittenen Short ist das große Maß an Bewegungsfreiheit. Jedes Tempo und jede Aktion macht das weiche Material mit, ohne irgendwo einzuengen. Neben dem Schnitt sorgt auch der leichte Stoff mit seinen funktionellen Eigenschaften für eine optimale Luftzirkulation. Im Wettkampf oder bei Trainingsläufen im Frühling oder Sommer gehst du dadurch mit einem lockeren Tragegefühl auf die Strecke. Wichtig ist natürlich, dass das auch so bleibt, wenn du verstärkt ins Schwitzen kommst. Der Innenslip der RP-Sprinter-Short ist dafür komplett aus Mesh-Material gefertigt. Im Zusammenspiel mit dem filigranen Obermaterial wird die Feuchtigkeit nach außen getragen, wo sie dann schnell trocknen kann. Das Ergebnis ist ein unvergleichliches Lauf- und Tragegefühl bei jedem Anstrengungsgrad. Eher ungewöhnlich für einen so leichten Laufbegleiter sind die verhältnismäßig großen Verstaumöglichkeiten. Eine innenliegende Einstecktasche und eine Tasche mit Klettverschluss bieten dir genügend Platz für Schlüssel, Geld oder ein Gel. Die zeitlose Optik kannst du perfekt mit verschiedenen RP-Kollektionen kombinieren und dir ein tolles Laufoutfit zusammenstellen. Die leichte RP-Sprinter-Short mit der überzeugenden Funktion erhältst du, genau wie die komplette RP-Kollektion, in allen Runners Point Filialen oder direkt hier bei uns im Online-Shop unter www.runnerspoint.com. www.runnerspoint.com